Ich rate, als letztes kommt, ähm, Enton? Ja, ich glaube, Enton kommt als letztes. Radfratz wäre ja so einfach. Ich glaube, Enton. Und es ist... Radfratz. Ah, Mist. Radfratz. Ah, Mist. Ist irgendwer vergiftet oder so? Dann macht das Ganze noch einfacher. Wir müssen drei Pokémon besiegt. Hm, gut. Äh, B-B-B-B-B, KP+, wir könnten ein KP+, irgendwo hingeben. Ein bisschen auf ein schwächeres Pokémon. Hier, Bam, Togepi, Minzbeeren, Äther unwichtig, Powerheile unwichtig, Wutkeks füllt KP um 20 auf, können wir zum Beispiel einen besiegten Pokémon gehen. Nö. Okay, okay. Also, machen wir das erstmal so. Und heben jetzt mal den X-Triffe auf. Vielleicht kann ich hier auch erstmal wieder irgendwie raus. Nein. Hey, Eindringling, Alarm. War klar, dass wir da nicht so einfach durchkommen. Rocked Ripple. Was hat er denn? Ein Traumato. Ja, Ruckzuckiv. Ähm. Nee, Überzahlen. Dann soll ich schon die Attacken richtig aussprechen, ne? Überzahlen spricht ja nicht Ruckzuckiv aus. So, zu weit. Und tschüss. Level 26. Mist, ich habe versagt. Ja. Nee, ist da. Der kommt von unten. Ich bin dran, es gibt kein Endkorn. Ah ja. Der eben dachte ja auch, das schafft er nicht. Drei Pokémon, okay. Ich meine, dass er das schafft. Beklabe ich nur im Blödsinn. Wieder die Bezahlen. Aber bei drei Pokémon sind die Pokémon meistens noch schwächer. Was dem Ganzen noch etwas einfacher macht. Ne? Das Ganze. Wurz. Hier. Weg. Slime kann ich auch so besiegen. So stark wird es schon nicht sein. Ja, weil sie wissen. Und als letztes hat er noch ein... Ratfraatz. Hm, kenne ich. Das ist das Ding wie die Freunde von Radikal. So, hier. Bäm. Das war's. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras, das wissen wir. Wir greifen weiter an, bis du einen Garnehmenschalter betätigst. Ich labberte mit nur das Gleiche. Was war das? Überheiler? Äh, Hübertrank? Okay. Muss wieder was los werden. Beutel. Schon schlimm. Wundersaat. Was stärkt Pflanzenattacken? Äh, Gib. Haben wir ein Pflanzen-Pokémon? Hm. Irgendwie nicht so, aber ich muss irgendwas mal geben. Ich mach's mal so, ich geb jetzt mal ein paar... ...Dinge. Gib. Einfach damit wir hier ein bisschen... ...ein leeres Inventar haben. Oder halt Beutel. Ich sag immer Inventar, neuerdings. So. Ist der Beutel etwas leerer? Bitte. Was haben wir hier? Neuen Weg. Nieu, 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 nieu. Hey, Eindringling, Alarm. Ja. Okay. Ich hab's hier langsam verstanden. Als erstes setzt er ein... ...Traumato ein. Ich hab ein Déjà-vu-Erlebnis. Überzahn. Wenn er als zweites zumalte hat, dann kommt mir das irgendwie bekannt vor. Als zweites hat er einen Super-Traum. Ich glaub, da kommen immer die gleichen. Oh, da ging die Attacke mal daneben. Egal, machen wir's nochmal. So. Und besiegt. Mist, ich habe fast... Naja, kennen wir schon. Zweites. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Ja, genau. Er hat drei Pokémon. Logischerweise, denn jetzt genau das gleiche ist wie eben. Das erste ist ein Zubat. Zubat, Zlaima und Radfanz. Zubat besiegt. Zlaima? Ja, ach ja. Echt. Oh. Ja. Wow, Herdner. Es reicht einmal Herdner schon, damit das nicht komplett ist. Aber dafür sollte der zweite Herdner jetzt das Ding trotzdem besiegen. Äh, der zweite Hypozahn. Oh, Mann. Oh, Radikal kriegt Schaden. Radfraz, ja. Die gehen wahrscheinlich schnell zum Pokémon-Center, heilen se... äh, ihre Pokémon und kämpfen dann wieder an. Na. Aber dieses Angreifen, die bringt doch auch nichts. Meine Pokémon werden immer stärker. In den Pokémon-Staturen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du euren Geheimschalter betätigst. Das ist wie dumme. Wüsst du nicht verstehen. Was haben wir hier? Ein Nugget. Jetzt können wir verkaufen. Gibt Geld. Hey, ein Dringling Alarm. Ja. Bestes Pokémon-Trading überhaupt. Traumatisch. Oh, keine AP mehr übrig. Ja, müssen wir auf Rucksack-Klick gehen. Das dauert dann etwas länger, oder? Oh, Aussitzer. Oh, oh. Oh, gut. Stärke. Aber irgendwie schaffen wir es auch. Und, ja, zuwart richtig. Gut, wird nicht mehr blockiert. Aber Stärke hat sie eh schon erledigt. Mist, ich habe versagt. Ich finde, es gibt kein Entkommen. Ja. Langsam verstehen wir das Ganze doch. Zubat. Hm, er siegt. Als nächstes kommt... ...Zleimer. Das war eine Überraschung. Ups. Das weiß ich. Ja, nicht damit gerechnet. Ich rate, als letztes kommt, ähm... ...Anton? Ja, ich glaube, Anton kommt als letztes. Ratfranz wäre ja so einfach. Ich glaube, Anton. Und es ist... Ratfranz. Ah, Mist. Oh, Mann. In den Pokémon? Ja, 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 ja. Ich muss das nicht immer wieder voll lesen. Es ist immer das Gleiche. Hier ist eine Treppe. Wo geht's hier hin? Zum Dings. Okay, dann kann ich wenigstens immer meine Pokémon heilen. B-T-F-A. Ihr habt's hier ja nicht mehr alle. So, dann gehe ich kurz mal in den... ...M-M-M-M-Markt. Was ist denn der? Ich habe doch bestimmt irgendwo einen Markt. Ist hier irgendwo ein Markt? Ist hier ein Markt? Ist hier ein Markt? Ist kein Markt? Okay, hier ist kein Markt. Muss ich das Ganze anders machen? PC Hier. Was ist noch mit dem Item? Denk. Gut. Item ablegen. Zwei. Zwei. Ähm. Eins. 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 Das kann man noch behalten. Das kann man auch mal ablegen. Das legen wir mal ab. Ich benutze solche X-Dinger hier. Die Dinger zum Tragen kann man gerne noch behalten. So. Jetzt gucken wir mal kurz noch mal, was die Pokémon hatten. Item Nimm. 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 Und Item nimm. Und dann machen wir das auch nochmal. Das muss man halt ab und an mal machen, weil der Beutel der geht zu voll. Item nimm. So. Überheiler. Aufwecker. Das können wir ablegen. Wundersaat können wir ablegen. Item nimm. Und das war's dann schon. Okay. Das sollte jetzt erstmal ne Weile reichen. Wie war's, ne? Genau. Da, wo wir übrigens schon besiegt haben, müssen wir nicht nochmal besiegen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aufwecker. Hey, ein Ding. Ähm. Pfff. Ja. Lass mich in den Hohen. gut wir greifen mit togepi mal ran metronome mal gucken was einfach draus wird kratzer wow metronome hypnose toll darf togepi jetzt mal eine runde schlafen mal gucken wann togepi aufsteht wie wir sehen nicht pokémon ich bin ja eigentlich nur ins pokémon center gegangen um den beutel etwas zu entleeren weil das war dann doch etwas schlimm doch hier aufzuwecken bringt übrigens voll gar nix weil naja traumato werden wir noch öfter sehen ist gut wenn man das weiß nur dass man die gleichen kommen zu bad einmal donnershock ich wollte das ding aber auch erledigen jo ja brauche ich nicht lesen ist ja immer der gleiche schnell da drücke ich einfach nur schnell durch ja ja jay togepi wir sehen ja Pfff... Dann werden wir mal eine Pokémon sehen... Rucksack die Prams... Jo... und... Slimer... Komm, Zerschneider... Oh... Okay, Zerschneider wurde blockiert, dann Kratzfugio... Und... Nochmal... Lapp... Tadadadam... Rattfratz... Da können wir mal wieder Zerschneider ausprobieren... Super Ausprobierung, ne... Einfach besiegen... Ausprobierung... Ja, das wissen wir... Mal wieder einer, der hier so steht... Bist du glücklich, Punk? Los, mal einen weiteren Schritt... Wir haben Fallen in den Boden eingebaut... Ja, das sehen wir da unten... War schön, dass du es uns nochmal sagst... So... Also... Rattfratz... Dann nehmen wir mal... Igellava... Unser stärkstes von allen... Kann der auch mal wieder ran... Wenn die anderen immer noch... Ziemlich weit unten sind... Aber es gibt bestimmte... Das ist ganz ehrlich... Ich wechsel mal wieder auf... Photography... Und dann wieder zu wechseln... Auf... Topoga... Über... So... Einmal ausgetauscht... Um zu gucken, was hat er noch... Noch ein Radfratz... Aha... Works okay... Also... Einmal hat ein paar Arille... Das ist die extraeuvinde... Höreee... Einmal... Das ist wechseln... In der Eiszeit des Eiszeit hier... Morales einmal im Blech... Ich habe wechseln... Weil gut... Und so und tschüss und das letzte ist nochmal radfrei, das ist jetzt nicht mehr, jetzt machen wir einfach das hier fertig, komm Alles klärchen, mit nem Volltreffer beenden war das Ganze, ist doch gut Kaboom, ok und damit beende ich dann auch den Part, ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Team Rocket hier uns fertig machen will, es aber irgendwie doch nicht schafft Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, für mehr könnt ihr gerne abonnieren und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man hier auch Dinge besser machen kann, gibt es ja immer noch die Kommentarfunktion Bis zum nächsten Mal, ciao ciao